Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich habe mich dazu gerungen und doch jetzt getraut, den aus der Vitrine auszuholen, meinte er mir, Lunchbox. Ein Rushed, ich habe jetzt ein 2S-Lipo reingetan und zwei WD natürlich, aber ich glaube, ihr kennt das Auto alle. Ich will es jetzt einfach mal testen, von daher geht's jetzt los! Ein Rushed... Untertitelung. BR 2018 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 So, ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen. Mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem Kleinen hier zu fahren. Ja, ich weiß jetzt nicht genau was. Das Wasser hat es wahrscheinlich den Rest gegeben, aber kaputt wird er nicht sein. Ich werde den nochmal umbauen, gleich nochmal an einen Motor einbauen. Aber ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich freue mich auf Kommentare von euch, Likes, gebt die Daumen nach oben oder auch andersrum, wie ihr gerade wollt. Kommentiert alles. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ich bin jetzt nicht mehr. Tschüss, tschüss.